Als ich jünger war, habe ich natürlich viele Schieren angeschaut und da waren meine Vorbilder immer die Linz Yvonne als Speedfahrer natürlich. Genauso die Österreicher. Dann die Anna Fenninger hat sie da noch geheißen, jetzt Anna Veit. Mittlerweile muss ich sagen, möchte ich nicht so werden wie jemand, sondern jeder hat, glaube ich, seine persönlichen guten Eigenschaften und da brauche ich immer, dass ich das Beste rauspick für jeden. Zum Beispiel die Professionalität von der Michaela Schiffen ist beeindruckend natürlich und dass ich mir da mein eigenes bastel. Ja, das war so cool natürlich. Sie haben die nur im Fernsehen gekannt eigentlich und ich werde doch überrascht. Im Fernsehen sind sie immer so unnahbar und eigentlich sind sie ganz normale Menschen. Sie waren noch freundlicher und grüßt und alles und das war ja richtig cool. Schwierig. Ich glaube, meine Eltern habe ich schon geprägt. Also ich glaube, mit fünf Kindern ist das nicht immer einfach. Aber ab und zu sind sie schon gestresst, aber meistens sind sie das doch mit einer ziemlichen Ruhe, wenn ich denke. Meine Mama macht noch Turnen, in Götzis Kunstturnen und dazu noch die ganze Familie, den Papa, den Dorf immer und das ist dann schon nicht so einfach, glaube ich.